Nach Knast-Freilassung, Rapper Megmill dreht Dokumentation Jetzt will er seine Seite der Geschichte erzählen. Erst vor knapp einer Woche öffneten sich für Megmill, 31, endlich die Tore zur Freiheit, nach einem wahrhaften Skandalprozess wurde der Rapper aus dem Gefängnis entlassen. Sein Anwalt hatte während der Verhandlungen besonders die verantwortliche Richterin beschuldigt, den inhaftierten Musiker auf dem Kieker zu haben. Megmill selbst nutzt die Schlagzeilen nun aus und will eine Dokureihe über seinen Streit mit dem Gesetz produzieren. Dieser Streifen dürfte für ordentlich Furore sorgen, wie Rolling Stone nun berichtet, wird der Al-Iwesan-You-Interpret seine Erfahrungen mit der amerikanischen Justiz in einer sechsteiligen Dokumentation verarbeiten, die auf dem Streaming-Dienst Amazon Premium angeboten werden soll. Damit wolle der 30-Jährige die Facetten der Korruption darlegen, die zu seinem Knasthaufenthalt in Pennsylvania geführt hätten und auch seine kritische Vergangenheit aufgreifen. Ein besonderes Schmankerl an der Produktion, Erfolgsrapper JZ, 48, soll ebenfalls seine Finger mit im Spiel haben und seinen Kollegen unterstützen wollen. Dex von Niki Minay, 35, war im vergangenen November wegen Missachtung seiner Bewährungsauflagen nach einer illegalen Moderatur zu zwei bis vier Jahren Haft verurteilt worden. Nur kurz nach der Urteilsverkündung hatte sein Anwalt jedoch angekündigt, gegen die Entscheidung vorzugehen, da Richterin Genese Brinkley ihn aus privater Abneigung so hart behandelt habe. Gegen die Juristin ermittelt nun das FBI.